Willkommen zurück auf meinem YouTube-Kanal, wenn ihr neu seid, herzlich willkommen. In diesem Video möchte ich den Test der Coralus Apex Pro vorstellen. Es ist so, die Uhr ist ja schon länger auf dem Markt, aber dennoch gab es in den letzten drei Monaten, wo ich die Uhr hatte, einige Veränderungen, wieso es sich eigentlich nochmal lohnt, einen Test zu machen. Die Uhr hat eine Größe von 47 x 47 mm und eine Stärke von 13,4 mm. Zudem verfügt die Uhr bei einem Aluminiumgehäuse mit einer Titaniumlegierung, das heißt sie ist sehr robust und es wird auch Saphirglas verbaut. Das bedeutet, ihr könnt hier, wenn ihr mal anstoßt, an irgendeiner Stelle oder an einem Felsen anstoßt, habt ihr nicht gleich einen Kratzer am Glas, sondern die Uhr ist entsprechend geschützt. Zudem verfügt das Display über eine Größe von 240 x 240 Pixel und es ist ein Always-On-Memory-LCD-Display. Aber die Hauptbedienung geht über die Knöpfe bzw. über die Krone. Ihr habt zweimal zwei Bedienknöpfe und eine Krone, mit der ihr entsprechend durch das Menü durchführen könnt. Zudem verfügt die Uhr über ein Touch-Display, das bedeutet, ihr könnt jetzt, wenn ihr zum Beispiel navigieren geht, euch die Karte mit dem Touch-Display entsprechend so justieren, wie ihr das benötigt. Ich finde an dieser Stelle die Menüführung sehr gut gelungen, gerade wenn man unterwegs ist, ein Workout macht, kann man hier einfach mit der Krone schnell durch diese Displays durchgehen und sich die ganzen Sachen nochmal anschauen. Und es gibt auch hier nicht tiefer Schachtel-Menüs, das bedeutet, ihr müsst nicht drei, vier Untermenüs gehen, um hier an einen Punkt zu kommen, etwas einzustellen. Was die Konnektivität angeht, so verfügt die Uhr über ein ANT Plus und einen Bluetooth-Chip. Das bedeutet, ihr könnt sowohl den Stride Foodport in seiner Bluetooth-Version als auch in der ANT Plus-Version anschließen. Ihr könnt auch einen Laufgurt anschließen, der nur ANT Plus unterstützt oder halt nur einen Laufgurt, der Bluetooth unterstützt. Ihr habt da quasi freie Möglichkeit, entsprechend hier eure Sachen anzuschließen. Es ist auch noch ein Pulsoximeter verbaut, das heißt, gerade wenn ihr in den Bergen unterwegs seid, könnt ihr immer überprüfen, ob hier euer Blutsauerstoff-Werte stimmen. Gerade auf höheren Lagen ist es ja entscheidend. Fürs Flachland halte ich das jetzt eher für eine Spielerei, aber wenn ihr viel im Gebirge unterwegs seid, ist das natürlich für euch auch relevant und es ist auf jeden Fall im Gerät dabei. Dann haben wir auch noch einen barometrischen Höhenmesser verbaut, das heißt, entsprechende Höhen werden dann über den Luftdruck gemessen. Dann könnt ihr auch euch die barometrischen Werte anzeigen lassen. Da bekommt ihr ebenfalls die Historie angezeigt und auch eine Tendenz, ob das Ganze steigt, fällt oder konstant bleibt, was auch wichtig ist, wenn man wissen will, ob das Wetter besser oder schlechter wird. Gerade wenn hier starke Veränderungen stattfinden im barometrischen Wert, dann ist es doch auch sehr interessant, weil wenn man gerade in den Bergen unterwegs ist, wo man das Wetter nicht so sieht, weil es vielleicht über den Bergkamm ist, Ihr könnt euch dafür auch eine Warnung einstellen lassen, also ihr könnt hier in die Uhr eingehen und sagen, hier bitte warne mich, wenn jetzt, also es heißt dann hier Sturmwarnung oder halt in dem Fall Unwetterwarnung kann man es auch benennen. Und wenn hier die barometrischen Werte schnell fallen, bekommt ihr eine Warnung auf die Uhr und seid entsprechend ja vorgewarnt, dass da was kommen mag. Wie gesagt, in den Bergen ist doch gerade interessant, wo man das Ganze nicht so genau sieht. Und obendrauf kommt dann noch ein Geruskop, Kompass und die Uhr bietet auch zudem noch eine Leistungsmessung an. Das heißt, wenn ihr jetzt laufen geht, bekommt ihr entsprechend Leistungsdaten angezeigt, also es heißt Wattwerte und könnt so entsprechend auch hier mit Wattwerten laufen. Was neu hinzugekommen ist auch, dass ihr die GoPro nun über die Uhr steuern könnt. Das heißt, es gibt jetzt hier ein Menüfeld in der Uhr, wo ihr entsprechend das Ganze ausbilden könnt. Und so könnt ihr dann, wenn ihr Actionaufnahmen machen wollt, entsprechend die Kamera von der Uhr aus starten. Ja, was die Akkulaufzeit angeht, so gibt Chorus etwa 30 Tage im Daily Use an. Das heißt also im täglichen Gebrauch bzw. bis zu 40 Stunden oder wenn ihr dann Ultratrack macht, bis zu 100 Stunden Akkulaufzeit im GPS-Betrieb. Ich habe jetzt so die Erfahrung gemacht während meines Testes, dass es ungefähr zweieinhalb Wochen gehalten hat. Ich habe so zwei bis drei Workouts in der Woche gemacht, also GPS-geführte Workouts. Und entsprechend, ja, das Aufladen war auch sehr schnell. Ich kann jetzt nichts sagen, um es mal eine kleine Relation zu geben. In der Zeit habe ich etwa 1,5 Mal die Phoenix aufladen müssen. Ich habe hier die Phoenix 6 Pro bzw. zweimal die PolarCritix Pro, so als kleinen Referenzwert. Und bin dann doch mit der Akkulaufzeit wirklich sehr zufrieden. Was die Smart Notification angeht, so bekommen ihr die Nachrichten auf der Uhr angezeigt. Ihr könnt auch durch die Nachrichten entsprechend durchlesen. Antworten darauf ist jetzt nicht möglich. Aber ihr könnt dann auch in der App einstellen, also in der Chorus-App auf dem Handy, welche Nachrichten ihr sehen möchtet. Also es gibt dann so ein paar spezielle Auswahlen von Apps, die ihr dann entsprechend auswählen könnt. Und da könnt ihr zum Beispiel sagen, nee, von der App möchte ich jetzt keine Nachricht haben. Und so könnt ihr uns individuell einstellen, wie ihr das gerne möchtet. Des Weiteren wird auch die Herzfrequenz noch am Handgelenk gemessen. Hier ist ein entsprechender optischer Sensor verbaut, der 24,7 Euro Herzfrequenz misst. Beziehungsweise wenn ihr laufen geht, auch entsprechend hier die Herzfrequenz-Tone misst. Ich habe jetzt hier mal einen Vergleich gemacht mit einer Phoenix Six. Da habe ich einen Brustgurt getragen. Das war der Garmin HRM Brustgurt. Und habe es entsprechend mit dem optischen Herzfrequenz-Sensor verglichen. Wie wir gut erkennen können, die Phoenix Six hier mit Rot beschrieben. Und die Chorus Apex Pro in schwarz-lila. Sieht man hier ganz gut, dass der optische Herzfrequenz-Sensor immer so ein bisschen hinterherhängt. Beziehungsweise was wir ja auch hier unten ganz gut erkennen können. Und es ist aber jetzt kein Problem der Chorus-Uhr selber, sondern des Sensors. Wenn jetzt mal irgendwie, ich bin hier mit einem Langarm-Pulli gelaufen, ihr da an die Uhr kommt. Oder sie dann doch mal kurz nicht richtig getragen wird, dass hier keine vernünftigen Werte gemessen werden können. Wir sehen das Ganze auch nochmal hier in diesem Bereich und hier unten in diesem Bereich. Was man bei Intervallen aber sehr gut erkennen kann, ist, dass der optische Herzfrequenz-Sensor doch sehr hinterherhinkt. Also das bedeutet, ihr braucht mindestens so knapp 5-6 Sekunden, bis er entsprechend die Werte hat vom Intervall. Und da sind natürlich dann entsprechend die Ergebnisse verfälscht. Besser sieht das Ganze dann aus, wenn wir jetzt hier einen durchgängigen Puls haben. Man muss jetzt dazu sagen, hier links haben wir jetzt Komma-Werte. Also wir bewegen uns hier in einem Kommastellenbereich. Das bedeutet, hier sind eigentlich quasi fast gleiche Werte. Und das ist sehr akzeptabel. Das heißt, bei ruhigen Gangarten ist der Herzfrequenz-Sensor sehr gut. Nur die Problematiken bestehen halt bei starken Veränderungen, wie zum Beispiel bei Kraftsport, Intervall-Training und alles, was halt wie gesagt den Puls entsprechend schnell verändert. Daher ist hier immer zu empfehlen, einen Brustgurt zu tragen, um hier die optimalen Trainingswerte zu erhalten. Was die Zifferblätter angeht, so hat Chorus eigene Zifferblätter. Das bedeutet, ihr könnt euch jetzt nicht aus irgendeinem Shop Zifferblätter herunterladen, sondern Chorus stellt es selber zur Verfügung. Stand heute mit der Aufnahme gab es jetzt 89 Zifferblätter, aber hier liefert Chorus ständig neue Zifferblätter nach. Das bedeutet, wenn ihr das Video seht, könnten mittlerweile schon mehr Zifferblätter vorhanden sein. Es ist ein Für und Wider. Für ist natürlich, dass hier der Akku entsprechend geschont wird. Das bedeutet, es kommen Zifferblätter raus, die jetzt auch nicht den Akku stark belasten. Ich habe zum Beispiel meinen Garmin-Uhr schon oft die Erfahrung gemacht, wenn ihr entsprechend Zifferblätter habt und das jetzt nicht optimiert ist auf zum Beispiel eine gewisse Firmware-Update, dann kann es dazu führen, dass die Akkulaufzeiten doch deutlich der Uhr reduziert werden. So ist dann auch gewährleistet, dass etwa die Akkulaufzeiten, wie das Hersteller es angibt, auch eingehalten werden können. Zum Zeitpunkt der Aufnahme, also wir haben heute 9.1., habe ich jetzt 24 Sportprofile zur Verfügung. Das heißt, alles zwischen Radfahren, Indoor-Laufen, Indoor-Radfahren, Autorradfahren, Kardiokraftringen, sowas, alles dabei. Zudem bietet die Uhr auch die Triathlon-Möglichkeit. Das heißt, also wenn ihr jetzt Triathlon macht, dann ist das entsprechend auch vorhanden. Des Weiteren gibt es auch noch Bergsteigen, Windsurfen und Skitouren. Also alles, was rund um Skifahren zu tun hat, ist auch ebenfalls enthalten. Und es war jetzt auch so, dass während der Zeit, als ich die Uhr jetzt gehabt habe, in den drei Monaten, gab es auch ein Update, dass jetzt auch das Spazierengehen dazu gekommen ist. Vorher gab es nichts Normales zum Laufen, also es war dann nur Laufen, Laufsport. Aber jetzt nicht zum Beispiel, wenn man jetzt sagt, okay, ich laufe jetzt irgendwie sieben Kilometer, wie ich das halt mache, und laufe dann eineinhalb Kilometer noch zum Abkühlen nach Hause. Da gab es vorher nichts, das ist jetzt mittlerweile da. Was leider nicht enthalten ist, zum Beispiel für Leute, die jetzt gerne Yoga oder Pilates machen, das ist momentan noch nicht da. Aber wie ich schon gesagt habe, es kann sein, dass es mit einem Update irgendwann dazu kommt. Zudem kann ich für jedes Sportprofil in der App individuell das Display einstellen. Das heißt, ich gehe dann entsprechend rein und suche mir das Sportprofil aus. Dann gehe ich in das Display hinein und kann eins hinzufügen, eins abwählen und kann auch die Felder bestimmen, wie viele Felder ich haben möchte. Und ich kann mir ganz einfach die Werte, die ich haben möchte, anzeigen lassen und hier entsprechend, so wie ich das benötige, einstellen. Die Uhr ist ja auch eine Fitnessuhr und es gehört ja eigentlich mittlerweile auch zum guten Ton dazu, dass die Uhr ein Schlaftracking anbietet. Das bietet die Chorus entsprechend auch. Wobei ich muss hier sagen, das Schlaftracking von der Qualität her ist noch ein bisschen ausbaufähig. Ich habe jetzt auch wieder gelesen, dass da momentan auch wieder was in der Beta-Version ist, um das zu verbessern. Ich hatte jetzt das Thema, dass ich viele Unterbrechungen in der Nacht überhaupt nicht aufgezeichnet hatte. Von dem Schlafbeginn zu Schlafende, das hat eigentlich immer gepasst. Aber innerhalb der Nacht hat es ein bisschen Probleme gemacht. Und ja, zum Beispiel hier, ich nutze gerne die Apple Watch mit Autosleep. War hier deutlich genauer und dadurch, dass ich Kinder habe, weiß ich genau, wann ich morgens oder beziehungsweise nachts aufwache. Ich gucke oft auf die Uhr und die Sachen wurden als nicht getrackt. Oder der Schlaf wurde dann zu früh beendet, weil die Uhr dachte, ich bin jetzt aufgestanden, obwohl ich mich da nochmal hingelegt habe. Was ich hier an der Stelle so ein bisschen vermisse, ist so eine Art Ressourcenmonitor oder eine Art Body Battery. Das bedeutet, dass man hier seinen täglichen Ressourcenhaushalt sehen kann, wie fit der Körper ist, ob ich jetzt bereit für ein Workout. Es gibt zwar ein Widget, dass man das so ein bisschen sagt, aber hier würde ich mich doch freuen, wenn hier noch so ein Widget dabei wäre, das mir so ein bisschen den Tagesverlauf zeigt, wie mein Energiehaushalt ist und hier vielleicht dann auch ein bisschen zeigt, wenn ich Stress habe, wenn ich nicht Stress habe, wie sich da entsprechend hier meine Ressourcen oder meine Energieressourcen im Körper verhalten. Ja, dann kommen wir aber auch schon zum Widget-Teil bzw. zum App-Teil, wie man das auch immer bezeichnen will. Und hier merkt man eindeutig, dass bei Coors definitiv der Sport im Fokus liegt. Einmal haben wir hier ein Fitness-Tracker-Übersicht. Hier werden einmal die Schritte aufgezeigt, dann wie viele Trainingsminuten ich absolviert habe, wie viele Stockwerke ich gemacht habe bzw. auch wie viele Kilokalorien ich verbrannt habe. Ihr könnt euch dann hier auch entsprechend ein Ziel definieren in der App, das heißt, wie viele Kalorien ihr verbrennen möchtet und das entsprechend einstellen. Ihr bekommt es dann auch angezeigt, ob ihr das Ziel erreicht habt. Und so habt ihr einen kleinen Ansporn, ja, eure Kalorienziele zu erreichen und euch vielleicht nochmal zu bewegen, wenn es kurz davor ist bzw. euch nicht auf dem Sofa dann erstmal rumgammeln und sagt, ach, jetzt ist das Ziel noch nicht erreicht. So habt ihr, wie gesagt, einen kleinen Anreiz. Dann bietet die Uhr auch ein Widget mit Sonnenaufgang und Sonnenuntergang. Das heißt, da, wo ihr gerade unterwegs seid oder das letzte GPS-Signal war, habt ihr dann entsprechend die Daten auf der Uhr. Was ich aber noch viel besser finde, ist, dass auch die Dämmerungszeiten angegeben werden, weil das ist gerade entscheidend, wenn ihr unterwegs seid. Also Sonnenaufgangsuntergang ist sehr interessant und meistens ist ja auch dann ziemlich zeitnah die Dämmerung. Aber eine Dämmerung ist halt insoweit interessant, weil es dann auch wirklich dunkel wird und so könnt ihr euch dann immer bei eurer Tour darauf einstellen, wann das entsprechend dunkel wird und so eure Tour planen bzw. dann, wenn ihr merkt, okay, ich erreiche das Ziel nicht, es wird es dunkel, dass ihr dann entsprechend nochmal hier einen Ort aufsuchen, wo ihr dann euch aufhalten könnt. Wie eingangs schon erwähnt, die Stärken liegen hier eindeutig in den Lauf-Apps oder Lauf-Widgets. Es gibt hier einmal das Laufleistung-Widget, das euch anzeigt, wie gut eure Laufleistung ist. Das heißt, wenn ihr jetzt 100% lauft, ist es ja eure optimale Laufleistung. Wenn ihr jetzt drüber geht, seid ihr sogar noch besser oder habt mal was Gutes, Besseres abgerufen. Wenn ihr drunter seid, dann habt ihr schlechteren Lauf gemacht, als das, was ihr im Mittel erreicht habt. Zudem bekommt ihr, wenn ihr in dieses Widget hineingeht, auch eine Laufprognose. Ihr bekommt hier für 5, 10, 21 Kilometer und für den Marathon die Zeiten angezeigt, also die Gesamtzeiten, wie ihr lange braucht. Aber auch, wenn ihr das genauer wissen wollt, mit welcher Speed ihr das laufen könnt. Das nächste Widget an dieser Stelle wäre die Erschöpfung oder man könnte auch sagen, Trainingsload ist auch somit ein bisschen verarbeitet. Das heißt, die Uhr lernt euch ja erst ein bisschen kennen und weiß dann genau, wie viele Trainings ihr macht und was so euer Level ist. Und wenn ihr jetzt über dieses Level hinausgeht, dann seid ihr erschöpfter und bekommt es auch entsprechend der Uhr angezeigt. Beziehungsweise, wenn ihr unter diesem Level seid, bekommt ihr dann auch so eine Art, ihr baut jetzt quasi ab oder seid nicht mehr so erschöpft. Ihr könnt jetzt hier da hier was aktiv machen. Wenn ihr dieses Widget dann hineingeht, bekommt ihr auch den Trainingsload angezeigt. Jeder Lauf hat ja dann einen entsprechenden Trainingsload oder eine Anstrengung und da gibt es dann so Punkte und die werden dann drauf gerechnet. Und ihr bewegt euch individuell, also es ist bei jedem anders, in so einem gewissen Fenster. Und die Zahl wird dann entsprechend angegeben. Die ist bei mir jetzt hier bei 235 zu 552 und in diesen Werten muss ich mich bewegen, um hier mein Fitnesslevel zu halten. Bin ich ein bisschen drüber, dann baue ich meine Fitness aus, bin ich drunter, baue ich entsprechend meine Fitness ab. Und so habt ihr es schon mal auf der Uhr als kleine Übersicht. Zudem bietet die App auch die Möglichkeit, euren VO2 Max-Wert abzulesen. Und ihr seht auch alle anderen Werte, die ich jetzt hier auf der Uhr noch vorstellen werde, hier übersichtlich aufgeführt. Das nächste Widget, was ich dann vorstellen will, ist das Erholungswidget. Das zeigt euch dann an, wie erholt ihr seid. Das hängt auch ein bisschen im Trainingsload zusammen, also das heißt, es ist immer alles miteinander ein bisschen abhängig. Das Widget gibt ihr dann quasi an und sagt, hier ist jetzt eine hohe Belastung möglich oder soll ich jetzt weniger belasten. Und hilft mir so ein bisschen als Orientierung. Das heißt, wenn ich jetzt 100% stehen habe, bedeutet es, ich kann jetzt hier volle Power geben. Ich bin jetzt voll ausgeruht, wenn es gegen 0 geht, heißt es natürlich entsprechend sich mal auszuruhen und hier seinen Körper zu schonen. Was ich hier aber an der Stelle so ein bisschen vermisse, ist tatsächlich zum Beispiel ein Weather Widget. Dadurch, dass ich jetzt hier keine Widgets hinzufügen kann oder auch mir keine dazu laden kann, bin ich hier noch ein bisschen an das gebunden, was mir Chorus bietet. Und hier würde ich mir zum Beispiel jetzt mal ein Weather Widget wünschen, wo mir dann auch gewisse Wettervorhersagen gibt, weil das ist eigentlich auch mittlerweile Standard. Und ich würde mich freuen, wenn das in irgendeinen Update auch mit reinfinden würde. Ich habe bei der Uhr dann auch die Möglichkeit, Trainingspläne zu hinterlegen. Das heißt, Chorus bietet mir Trainingspläne an, die ich dann entsprechend verwalten kann. Chorus bietet auch in Zusammenarbeit mit Stride Trainingspläne an. Das heißt, ihr könnt euch auf der Chorus-Seite auch Stride für den Stride Football Trainingspläne herunterladen. Aber ihr könnt euch auch eigene Trainings erstellen. Das heißt, wenn ihr jetzt irgendwie eine bestimmte Trainingseinheit machen wollt, könnt ihr die entsprechend einstellen. Ihr könnt auch auf Leistungsmessung trainieren und auf Pace trainieren. Das ist dann entsprechend euch überlassen, wenn ihr das machen möchtet. Gerade im bergigen Gebiet dürfte es doch interessant sein, hier auf Leistung zu gehen. Das bietet die Uhr in vollem Umfang an und lässt einem hier die freie Wahl. Was die Uhr leider nicht anbietet, sind tägliche Trainingsvorschläge. Das heißt, sie schaut nicht jetzt auf die Vergangenheit und gibt einem Vorschlag, wie ich mich jetzt verbessern und ausbauen kann. Hier bin ich doch ein bisschen noch auf mich alleine gestellt, beziehungsweise auf die Trainingspläne, die mir zur Verfügung gestellt werden. Und es wäre tatsächlich wünschenswert, wenn das in der Zukunft auch kommen würde, weil es doch für viele sehr hilfreich ist. Was mit dem Update aber neu hinzugekommen ist, und das finde ich auch wirklich stark, das ist das Trainingshub von Chorus. Das erinnert sehr stark an Training Peaks. Es gibt sowohl einen Athletenmodus als auch einen Trainermodus. Und hier könnt ihr eure, ja erstmal könnt ihr eigentlich eure Daten genau betrachten. Ihr könnt hier nochmal in die Analyse reingehen. Hier werden alle Läufe, alle Sachen zusammengefasst und könnt euch das entsprechende Daten auswerten. Was aber die Stärke an diesem Trainingshub ist, dass ihr einen Kalender habt und hier auch eure Trainings planen könnt. Ihr könnt wie gesagt da auch Trainingspläne hineinladen. Und hier wird dann entsprechend angezeigt, wie sich das Training auf euren Fortschritt, beziehungsweise auf eure Leistung auswirkt. Ihr bekommt dann oben eine Kurve angezeigt, ob das jetzt für euch positiv oder für euch negativ ist. Und so könnt ihr eure Workouts planen und mit der Uhr synchronisieren und bekommt die Workouts dann entsprechend auch als geführtes Workout auf die Uhr. Was noch mit dem letzten Update dazugekommen ist, und das ist gerade für uns Europäer interessant, ist die Galileo Satellitenunterstützung. Das heißt jetzt, ihr könnt auch mit Galileo jetzt mittlerweile navigieren lassen. Vorher war das nicht möglich. Ihr könnt euch vor allem auf die Uhr auch das aktuelle Signal anzeigen lassen. Ihr müsst da entsprechend das Menü hineingehen. Und wenn ihr dann einen kurzen Moment gewartet habt, bekommt ihr alle Satelliten angezeigt. Das heißt, ihr wisst auch immer ganz genau, welche Satelliten für euch am besten sind. Und so könnt ihr auch entsprechend das bestmögliche Ergebnis aus der Uhr herausholen. Ja, was das GPS-Bild der Apex Pro angeht, bin ich doch sehr zufrieden. Wenn wir jetzt das Ganze uns hier mal im Näheren betrachten, kann man ganz gut erkennen, dass der Weg doch ganz gut abgebildet wird. Also wir bewegen uns hier direkt auf der Linie. Es gibt hier kaum Abweichungen. Selbst so kleine Kurven, die wir haben, wo dicht ineinander sind, werden hier exakt schön abgebildet. Auch wenn wir uns das Stadionbild anschauen, ist ganz gut zu erkennen, dass hier das Stadion doch sehr gut abgebildet wird. Man muss dazu sagen, ich habe hier auch mehrmals die Bahn gewechselt. Das heißt, ich bin nicht immer auf derselben Bahn gelaufen. Daher sind diese Abweichungen, die wir sehen, auch sehr plausibel. Anders sieht es dann im Wald bzw. zwischen den Häusern aus. Wir sehen jetzt hier, ich bin an einer gerade Linie gelaufen und wir sehen trotzdem, dass hier eine kleine Abweichung entsteht. Das Ganze ist aber technisch bedingt, da hier das GPS doch Probleme hat, exakt die Daten zu ermitteln bzw. hier die Satellitienermittlung doch durch die Häuser erschwert wird. Aber alles in allem bin ich mit den GPS-Daten doch sehr zufrieden. Es ist wie gesagt sehr technisch bedingt, dass hier Abweichungen entstehen, aber sobald ihr doch hier in freier Natur unterwegs seid oder auch hier entsprechend hier viel auf der Bahn lauft, bekommt ihr doch sehr gute Werte. Ja, neben dem Update für die GPS-Daten bzw. für den Satellit ist auch noch eine weitere Funktion hinzugekommen bzw. eine Ergänzung. Die Uhr unterstützt auch eine Navigation, das heißt, ihr könnt euch zum Beispiel auf Komoot eine Strecke planen und die dann entsprechend mit der Uhr synchronisieren bzw. die Daten auf die Uhr synchronisieren und euch dann navigieren lassen. Ich habe zu dem Ganzen auch mal ein Video gemacht, das werde ich euch mal verlinken. Da zeige ich euch mal im Detail, wie das Ganze funktioniert. Was aber mit dem Update neu hinzugekommen ist, dass jetzt auch Karten enthalten sind. Das heißt, ihr könnt mit dem Update Kartenmaterial auf die Uhr laden und bekommt auch eine Karte. In der Ursprungsversion der Uhr war noch kein Kartenmaterial vorhanden, da seid ihr quasi mit so einer Strichnavigation gelaufen, aber jetzt bekommt ihr mehr Details. Und das ist auch der Punkt, was ich hier an Corus sehr gut finde, dass man hier an dieser Stelle auch das Kartenmaterial zur Verfügung gestellt hat und nicht gesagt hat, okay, wir bringen jetzt ein Nachfolgemodell raus, das dann die Karten hat. Nein, es wurde hier eine Produktpflege betrieben und ihr könnt euch entsprechend jetzt hier über die Karten freuen. Ja, wie ist aber mein Fazit von der Uhr? Im Gesamtpaket finde ich die Uhr wirklich sehr gut gelungen. Gerade hier, wenn ich meinen Fokus auf den Laufsport lege, habe ich hier wirklich ein sehr gutes Gesamtpaket. Was ich von Corus aber sehr gut finde, ist, dass die Uhr, obwohl es jetzt schon älter ist, auch weiterhin eine Produktpflege erfährt, das heißt Updates. Und nicht nur, dass ich neue Sportmodis bekomme, nein, ich habe jetzt ein Trainingshub dazu bekommen, was wirklich ein sehr mächtiges Tool ist. Ich habe vor allem die Galileo Satellitenanbindung dazu bekommen. Das sind so teilweise die Punkte, wo eigentlich ein anderer Hersteller schon sagt, okay, da bringe ich lieber ein neues Gerät raus. Was ich ein bisschen schwierig bei der Uhr finde, ist, dass das Ganze doch etwas für den fortgeschrittenen Modus ist. Das bedeutet, wenn ihr noch nie was mit Laufsport gemacht habt, dann könnte es vielleicht an einer oder anderen Stelle ein bisschen überfordernd sein. Wenn ihr euch aber schon damit ein bisschen auskennt, ist es wirklich eine klasse Uhr und hilft euch auch wirklich beim Training weiter. Gerade in dem Trainingshub ist es wirklich ganz gut. Was ich aber nicht so gut finde, ist, obwohl die Uhr jetzt schon auf dem deutschen Markt vermarkten wird, das heißt jetzt nicht, dass es jetzt ein amerikanischer Import ist, nein, es wird auch auf dem deutschen Markt vertrieben, dass hier streckenweise Übersetzungen nicht vorhanden sind. Gerade wenn ich dann Hilfe brauche und in die Hilfenseiten hineingehen, ist vieles noch nicht übersetzt. Und wenn man hier im Englischen noch nicht so ganz mächtig ist oder vielleicht einem zu speziell ist, weil man jetzt gerade nicht aus dem Bereich kommt, kann es hier zu Schwierigkeiten kommen, beziehungsweise man muss das entsprechend nochmal irgendwo übersetzen. Die Uhr wird auf dem deutschen Markt vertrieben und daher erwarte ich eigentlich auch, dass entsprechend zumindest an den Hauptpunkten alles übersetzt ist. Auch die Akkulaufzeit ist sehr überzeugend, obwohl es hier schon etwas kleinere Uhr ist von Corus. Man sieht ja bei der Vertex 2, hier ist es ja wirklich eine überragende Akkulaufzeit. Corus hat es geschafft, hier seine Software wirklich gut zu optimieren. Natürlich dann mit der Einschränkung, dass ihr die Uhr nicht individualisieren könnt, aber ja, das ist dann entsprechend der Kompromiss zwischen einer guten Akkulaufzeit und die Individualisierung. Ja, ich hoffe ich konnte euch einen kleinen Einblick geben zu der Corus Uhr. Ich habe dann auch nochmal eine Playlist, wo ich dann diverse Sachen, Tutorials vorstelle. Da könnt ihr einfach mal vorbeischauen. Ansonsten bedanke ich mich für eure Zeit. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst auch gerne einen Daumen hoch da. Wenn ihr noch mehr interessante Videos rund um Corus und andere Sportuhren sehen wollt, dann lasst auch gerne ein Abo da. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, euch hier auf meinem Kanal wieder begrüßen zu dürfen. Ansonsten wünsche ich euch alles Gute, bleibt vor allem gesund. Tschüss, bis zum nächsten Mal.